Heute ist der 22. August und Mama Jenny und Dennis, was machen die? Die verheiraten sich und jetzt sind die da. Jetzt sind sie schon da in dem Raum. Und das ist Futre, der Freund von Dennis. Und da ist der Opa Robert und Oma Tina. Und wir warten, dass wir jetzt gleich reingerufen werden. Und der kleine Jasper hat bis jetzt alles verpennt und wacht zur richtigen Zeit auf. Oh Mama und Papa sind jetzt da und die waren.